Hallo YouTube, hier sind wir wieder mit einer weiteren Besuchsfolge bei Clash of Clans und es wurde auch wieder Zeit, es ist schon wieder Montag wie immer habe ich es irgendwie am Wochenende nicht hingekriegt es ist ja bei mir in letzter Zeit regelmäßig so, dass die Besuchsfolgen später kommen aber sie kommen immer noch und heute kommt noch eine normale Besuchsfolge und morgen dann spätestens übermorgen ein erstes Spezial für die normalen Besuchsfolgen könnt ihr euch gerne unten in den Kommentaren erneut in Anführungsstrichen bewerben das heißt ihr seid ja bei der normalen Besuchsfolge eventuell dabei, wenn ihr ausgewählt werdet Zufallsgeneriert für die Spezialfolge bitte nicht mehr, ich habe schon alle Leute rausgesucht, die besucht werden es sind einige, das wird nicht in eine Folge passen das wird sich ein bisschen verteilen, das ist relativ viel Aufwand so wie ich es mir zumindest denke im Kopf, Vorbereitung habe ich jetzt getroffen mal schauen, wie das alles so klappt nun gut, fangen wir aber jetzt erstmal an mit den normalen Bewerbungen Bewerbungen mit den normalen Bewertungen Bewerbungen, hier will sich ja keiner bewerben Fetas Mansion und da der Drunken Deluxe ich habe mal den Namen gemerkt so einen Namen vergesse ich nicht Rathaus 9 Level 97 passt, König auf 10, Queen auf 7 passt auch auch ansonsten sieht es mir im Labor passend aus Rathaus 8 komplett gemaxed sogar die Valkyre wenn ich mich recht entsinne geht die nur auf 2 mit Rathaus 8 finde ich schon mal schön auch die Schweine, alles heiler, wunderbar dann schon hochgezogen sind deine Bartstruppen plus die Loons und der Wutzauber ist von Rathaus 8 noch und Sprungzauber auf 2 auch wichtig, finde ich gut also die Reihenfolge finde ich schön Sprungzauber ist auf 1 einfach viel zu kurz und auf 2 dauert, das hält das schon richtig lange an spielt seit einem guten Jahr würde ich schätzen 300 Millionen Gold und knapp 300 Millionen Elixier erfarmt sehr nett war es auch schon Champ mit Rathaus 9 jetzt herzlichen Glückwunsch und ja 130 CW-Sterne, ja ich habe immer das Gefühl ich lege dazu hohe Maßstäbe an ich gucke immer bei mir dann sind es 480 oder so bei anderen Leuten bei uns sind es 550 und dann denke ich mir 130 spielt jemand nicht wirklich CW aber es kann mich natürlich kann mich natürlich auch irren und du spielst es einfach nur einmal die Woche also nimmst du dann teil kann ja sein so auch deine Defensive war komplett Rathaus 8 Max ebenso die Mauern wunderbar das gibt schon mal einen großen Pluspunkt bei mir die Lager stehen richtig richtig nice immer schön vom Magierturm gedeckt nie in einer Kachel wunderbar perfekt würde ich eigentlich dazu sogar sagen die Clanburg steht nahezu oder steht perfekt in der Mitte richtig schlecht zu locken zumindestens mit nur wenigen Truppen die Helden stehen richtig geil die X-Bögen stehen gut die Luftabwehren stehen schön die Mörser stehen vielleicht minimal zu weit auseinander würde ich aber in dem Fall ignorieren die Base ist ansonsten sehr nice richtig nice ich denke man kann an jeweils zwei Lager mit als Rathaus 10er locker kommen aber das ist immer noch gut dafür vor allem dass du so ein frischer Rathaus 9er bist ich würde dir eventuell empfehlen also die Base finde ich echt geil aber wenn du später weiter gelevelt hast und deine X-Bögen ausgebaut sind würde ich eventuell empfehlen zumindest einen davon auf Boden auszurichten dann reicht der Radius noch so ein bisschen weiter du siehst das hier die beiden Lager sind schlecht geschützt vom X-Bögen alle anderen sind gut geschützt soweit von einem der beiden das heißt ich würde den dann vielleicht auf Boden stellen oder mit einem dunklen Elixier hier tauschen wobei ich dann denke da wird das dunkle Elixier leichter zu erreichen sein also würde ich den wahrscheinlich auf Boden stellen der Luftfeger ja kann man da lassen denke ich aber Luftfeger Wayne interessiert es die Magiatür bestehen vielleicht ein bisschen weit außen Vorteil daran ist sie können gut auch mal Mauerbrecher wegnehmen die im Loch reinsprengen sollen das ist stark der Minenwerfer ist schon ausgebaut fällt mir gerade auf das ist so ziemlich das einzige Gebäude was schon auf Rathaus 9 Niveau ist außer natürlich X-Bögen der Rest ist noch Rathaus 8 nachgezogen das finde ich aber gut beziehungsweise kurz davor hier Luftabwehr fehlt noch eins da der Bogieturm geht gerade noch eins hoch Kanone scheint schon ausgebaut zu sein Kasernen sind auch ausgebaut dunkle auf vier was soll ich dazu kurz sagen du hast das Spiel gecheckt du warst auch schon champ das heißt du kannst es Respekt dafür dass du so früh auch mit Rathaus 9 schon champ gemacht hast und jetzt oben anscheinend im Meister mit Bartschrumpf farmst Respekt vor allem ohne Queen das ist ja so der Grund warum ich im Moment nicht hochgehe ich hab ein bisschen Angst ohne Queen da oben zu farmen ich weiß nicht ich bin zu abhängig von der Madame mittlerweile aber es gibt nichts zu sagen was soll ich dazu sagen also im Wissen dass du gerade frisch bist kriegst du von mir eine 10 ich also wenn wir es objektiv bewerten wäre es eine 9,5 aber du bist halt wirklich frisch oben es gibt eine 10 Glückwunsch ich weiß gar nicht habe ich die schon mal gegeben ja ich glaube zweimal oder so also du bist in einem sehr elitären Kreis und jetzt aus einem Clan wo ich weiß dass genug Leute immer bei uns auf dem Team TeamSpeak sind Bellum Aeternum ja Black Pyramide mhm aber wir suchen jetzt jemanden ganz anders und zwar und zwar wen habe ich denn da wer war das denn fällt mir das auch so ein äh ja da Crime ZX iCrime ZX oder einfach nur so ein Strich ich weiß es nicht Rathaus 9 äh Level 98 passt auf jeden Fall der Blitz ist glaube ich nicht ausgelevelt von Rathaus 8 die Walküre auch nicht ist egal mhm bis auch schon ein paar Sachen von Rathaus 9 gelevelt zum Beispiel den Lava Hund auf 2 den Golem auf 3 die Schweine auf 5 das sieht schon mal schön aus kann man schon mal ähm doch einige Taktiken anwenden würde ich wohl wahrscheinlich den Golem auf 4 als nächstes machen vielleicht läuft der ja schon in deinem Labor Bartstruppen sind auch schon gemacht sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus ähm Gold oh fast 500 Millionen und über 400 Millionen Elix sehr nett sehr sehr nett Meister warst du schon 1,1 Millionen Dunkles ist auch nett ja das sieht doch nicht verkehrt aus ja auch das sieht nicht verkehrt aus du könntest mich mal eben dich angreifen lassen wenn du Lust hast also ich hätte Lust dich anzugreifen ich baue da baue da mal eben eine Armee womit ich da locker an alles drankomme sieht nett aus deine Lager ja also alle Mauern sind auf 8 und ein Großteil schon auf 9 ich würde mal sagen 160 70 keine Ahnung ich kann das gerade schlecht abschätzen bei der Base sämtliche Defensive ist auch schon nachgezogen dazu sind die X-Bögen schon auf 3 die Luftabwehr ist auf 7 ist das 7 ja ist 7 der eine Bohrer baut noch der andere ist schon auf 6 Helden 14 10 passt auch ja was was soll ich denn da groß erzählen auch du hast wie ich glaube fast alle aus eurem Clan ähm das Spiel gecheckt sieht nämlich sehr sehr nett aus sehr auch sehr sehr durchwachsen hier sehr viel Grünzeug drumherum pass nur auf dass du nicht zu viele Gegenstände da hast damit du auch neue spawnen lassen kannst und die Ubelenkiste natürlich möglichst bald entfernen sonst kommt keine zweite ähm Mörser sind auch schon gemaxed für Rathaus 9 ebenso wie die Magier Türme Luftabwehren und X-Bögen fehlen noch Kanonen und Boogie Türme Boogie Türme weiß ich gar nicht brauchen nie lange ich glaube es geht sind nur ein bisschen teurer Kanonen dauern nicht so lange und sind auch immer relativ günstig das heißt du hast gar nicht mehr so viel vor dir würde dir auf jeden Fall empfehlen die 9er Mauer noch zu machen 10er muss nicht unbedingt ich finde es schöner aber jedem wie er mag die Clanburg steht schön mittig wobei man sie hier an der einen Seite noch ein bisschen locken kann aber theoretisch könnte man fast jede Clanburg irgendwie locken wenn man will Dunkle steht schön mittig X-Bögen stehen mittig Helden stehen eigentlich auch schön mittig und theoretisch decken sie einen Großteil der Base ab also irgendwo kommt der Held dann immer hingelaufen ähm Lager stehen jeweils sehr schön hier bei dem Magiertürm im Umkreis hier und hier sogar jeweils einzeln in Kacheln das finde ich sehr sehr schön die Mörser stehen perfekt eigentlich ja was soll ich dazu groß sagen ähm ich mag dieses Dorfdesign nicht angreifen also ich mag es ähm finde es als eigenes gut aber ich mag es nicht angreifen wie dieser ich mag diese diese schrägen Mauerverbände nicht ich komme damit irgendwie nicht so gut klar ähm man kommt natürlich relativ gut auch bei dir an zwei an vier Lager ran aber das ist normal man kann es nicht verhindern dass man irgendwie an die Lager rankommt wenn jemand ran will dann kommt er immer irgendwie dran der Luftfeger steht da natürlich irgendwie sinnlos rum aber ansonsten kann ich dazu auch nicht mehr viel sagen ja gut deine Elixiersammler sind noch nicht komplett ausgelevelt da geht noch ein bisschen was aber auch nicht mehr viel ich gebe dir eine 9,5 ich hoffe damit bist du zufrieden auch du bist in einem sehr hohen Niveau hier angesiedelt gucken ob das jetzt so weiter geht wir tun ja jetzt schon die Leute leid falls da gleich jemand ist der nicht so gut Farm heute wen hatten wir denn da äh Cornelius war es glaube ich oder was mit C da ja Cornelius 118 118 und Level äh Level 118 und Rathaus 9 ist schon ziemlich weit so bestimmt viel gespendet gucken wir erstmal auf die Truppen sieht soweit alles gemaxed aus außer die Walküre ansonsten sehr nett hält noch nicht ganz so hoch für gemaxed aber auch nicht schlecht das Spiel würde ich mal sagen ein Jahr und 3-4 Monate 600 Millionen Gold und 520 Millionen Elixier erfahrt sehr sehr schön 1,8 Millionen Dunkles auch nett 467 X-Bögen zerstört auch nett 145 Infernus auch nett und 65.000 gespendet auch sehr schön ich sag ja viel gespendet ja 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 kann man machen würde ich sagen boost ist auch gerade alles irgendwie wie oder ja alles geboostet sieht schön aus wie so ein Leuchtfeuerwerk wenn wir jetzt in der Zombie Apokalypse werden die würden über dein Dorf rennen dann hätten sie immer was zu gucken das Dorf hatten wir glaube ich beim letzten oder vorletzten Mal schon also Clanbook X-Bögen Mörser Magiertürme Luftabwehr hier steht alles gut die Magiertürme decken jeweils zwei Lager ab die Mörser stehen sehr gut gegenseitig gegenseitig deckend die Clanbook steht schön mittig das Dunkle steht mittig die X-Bögen stehen vielleicht minimal zu nah beisammen meiner Meinung nach aber nicht wirklich tragisch ähm ja was soll ich denn dazu groß erzählen Leute ihr macht mich heute fertig ihr habt alle Dörfer das ist ja unfassbar es ist einfacher zu erzählen was schlecht ist als was nicht schlecht ist ja Abzug wegen Luftfeger deswegen gab es gerade übrigens auch eine 9,5 und keine 10 der Luftfeger steht auch bei dir einfach unnütz rum genau wie bei mir im Moment aber ich muss ja nicht davon ausgehen was bei mir ist das ist ja eine Sache ist was mir an dem Dorf nicht so gefällt und das ist die Tatsache dass die Helden so weit außen sind die Queen die schläft gerade und ich denke man kann in dem Stadium auch immer davon ausgehen dass ein Held fast immer schläft deswegen ist ein Held draußen oder relativ weit draußen nicht so tragisch ich finde aber beide Helden draußen nicht so schön mir als Barcher macht es die Sache deutlich einfacher wenn die Helden draußen sind oder schlafen das habe ich letztens gemerkt wenn die in der Mitte sind und wach sind macht es vor allem so eine Queen die nimmt ja jedes Mal mit jedem Schuss einen Barbar oder einen Bogie weg und wenn die hinter einer Mauer steht kommen die Barbaren und Bogies da erst gar nicht hin also das macht es echt schwieriger das ist so eine kleine Sache die mich stört ich wüsste jetzt gerade auch nicht wo die hin könnte die braucht immerhin drei Felder und in der Mitte sind jeweils nur zwei Zweier frei allgemein vielleicht ein bisschen wenig Freiraum in der Base manchmal habe ich das Gefühl ich kritisiere etwas oder merke etwas an dann habe ich bei den anderen Dörfern davor nie drauf geachtet das ist natürlich auch immer ein bisschen scheiße aber kann ich auch nichts für ich bin auch nur ein Mensch der Ausbau ist gemaxt Rathaus 9 außer die Mauern und die Helden die Queen geht schlafen auf was auf 19 dann ist sie auch bald 20 nett ja na gut was soll ich dazu groß sagen wie gesagt das mit dem Held finde ich nicht ideal ansonsten sehr schön und auch du bekommst von mir eine 9,5 ob jetzt mit dem Held und Luftfläger es gibt eine 9,5 mein Gott das sind ja heute Höchstwertungen ich fühle mich wie bei einer Weltmeisterschaft fürs Eiskunstlauf so gucken wir doch mal weiter 18,3 bitte bitte gib mir was zu zum anmerken E7A E7A da Level 97 Golem läuft hat er dazu geschrieben der ist auf 2 ja 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 danke es gibt etwas anzumerken deine Schweine sind nicht gelevelt und ich will warte mal Heilszauber das muss ich jetzt mal eben nachgucken ne ich würde sagen die gehen auf 6 dann fehlt auch da glaube ich ein Level das musste ich mal eben nachgucken da war ich mir gerade total unsicher also Bartsch-Truppen sind gelevelt Ballons sind gelevelt Heiler sind gelevelt okay Lakaien sind gelevelt Golem auf 2 geht auf 3 und alle Truppen sind freigeschaltet Schweine fehlen also eigentlich nur ja 120 Millionen jeweils erfarmt ist ein bisschen weniger 29.000 Truppen gespendet ist okay diese Saison hat ja gerade erst angefangen deswegen kann man ja nichts darauf geben was da oben steht 133 Sterne hast du bald den zweiten Erfolg und Champ warst du auch schon auch dazu Gratulation und zu den 2000 Champs natürlich auch schade schade du wurdest etwas zerstört aber nicht komplett ich bin gerade so dankbar danke 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 eigentlich würde ich dir am liebsten nichts dafür abziehen dass ich was bei dir anmerken kann aber ich muss ja am Ende dann doch deine Mauern sind noch ein paar über von Rathaus was war denn das Rathaus 8 genau sind noch ein paar 7er Mauern und natürlich die 9 da musst du noch ein bisschen was nachholen ähm der König schläft schon wieder auf 12 die Königin ist auf 11 okay das ist gut ich würde dir aber trotzdem empfehlen erst einen von beiden auf 15 zu machen und dann den anderen nachzuziehen äh ganz einfach wegen des ähm der Fähigkeit wenn man wenn du natürlich so viel dunkles über hast dass du beide gleichzeitig leveln kannst klar mach auch das kein Ding äh man sieht hat das versucht so ein bisschen scheinbar wobei er halt auch ein bisschen was an Blut anbietet aber ja wobei minimal die Lager kam die Person nicht dran da stand der Magierturm schön vor der Magierturm schützen jeweils 2 Lager die Mörser decken sich alle gegenseitig und dazu immer sehr viel Lagerfläche ähm die Klarenbruch steht sehr sehr mittig das Dunkle steht mittig die X-Büchen stehen ein Ticken zu weit außen vielleicht ich würde den hier vielleicht einfach zur Klarenbruch ziehen dann ist davor die Lücke ist auch egal ähm Luftabwehr steht okay das Design hatten wir auch schon ein paar mal Helden stehen auch hier ein bisschen weit außen wie gesagt einer okay beide na muss ich die Kasernen ernsthaft suchen Kaserne Level 8 mein Freund ist nicht schön Dunkle Kaserne 6 ist schön Elixiersammler und Goldmin hast du auch noch nicht alle komplett auf 12 würde ich dir empfehlen nachzuziehen da hast du noch eine 9er Kaserne also eine 8er eine 9er eine 10er eine fehlt doch noch und noch eine 8er ja du hast nur eine Kaserne auf 10 das geht mit Reathos 8 schon tu dir selber den Gefallen zieh zumindest die eine noch auf 9 und die nächste noch auf 10 also dass du 2 auf 10 und 2 auf 9 hast das würde ich dir ans Herz legen eigentlich sogar aus eigener Erfahrung möglichst bald alle nach oben du wirst sowieso keine Spaß haben beim Farm in der Zeit einfach weil du mit den 3 Kasernen die Kapazität nicht voll kriegst solange die nicht 10er sind wenn du 10er Kasernen hast 3 Stück kriegst du die mit der Kapazität der 3 Kasernen gerade so deine Armeelager voll also vor allem im Boost halt interessant ähm ansonsten nicht was noch auffällt Fallen klar Riesenbomben werden wahrscheinlich hier liegen oder Teslen dazu hier irgendwie also die Fallen ich mag das Dorf deswegen nicht so besonders gerne klar steht hier die Clanburg sehr mittig aber die Fallen die liegen alle draußen ich mag draußen liegen die Fallen nicht so nicht weil ich mit Bartsch angreife sondern weil sie dein Dorf schwächen die fehlende Verteidigung schwächt dein Dorf ansonsten wie gesagt du hast noch ein bisschen Mauern nachzuziehen dein Rathaus läuft noch nicht ich würde auf jeden Fall empfehlen alle auf 9 zu machen die Mauern mittlerweile bin ich davon abgerückt zu sagen 8er Mauern sind dunkel und sehen schöner aus ich finde 9er Mauern sollten eigentlich sein man sagt immer so schön die meisten 3 Sterne Angriffe auf Rathaus 10 kommen mit der Luft ja das stimmt aber man muss es den Leuten ja nicht noch unnötig einfach machen und es provozieren indem man zum Beispiel die Helden man schickt 40er Helden drauf und die schlagen sich mit 2 Schlagen durch die Mauer so ungefähr da kann man es den ja ein bisschen schwieriger machen deswegen würde ich sagen mach die Mauer noch auf oder mach zumindest alle auf 8 und den inneren Kreis inklusive dem Kreis der Lage auf 9 also hier 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 lang so und dem Bereich ich gebe ich gebe dir an der Stelle eine 7 und hoffe du bist damit zufrieden das ist halt jetzt auch für dich ein bisschen das Problem dass du gerade mit den anderen konkurrieren musstest die so übelste Dörfer hatten kannst du nichts für kann ich nichts für ist schade für dich ist aber so und wir haben noch jemanden das kann nicht sein nein wir haben noch jemanden einen Blindbesuch eigentlich wollte ich den gar nicht als Blindbesuch machen naja ok die 2.2 habe ich einfach als Lesezeichen vergessen sehr cool dass es hier einmal K und CW gibt kannst du mir das erklären die 2.2 könnte ich noch verstehen aber das andere beiden das verwirrt mich für Neueinkömmliche ab Level 100 Helden Level 20 plus nett dauert CW aber keine Pflichtteilnahme ok das wäre mir zu anstrengend und hier suchen wir jemand glaube ich der Wald unten steht wenn ich das richtig im Kopf habe ich hoffe hat er geschrieben oder ich muss doch nachgucken ah Bex 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 Level ach Level Platz 25 Level 116 Rathaus 10 deine Helden sind ein bisschen low ich sage ja immer 20er Helden sollten es sein 25er Helden sind gut und 30er Helden sind natürlich ideal aber 16 und 18 ist wirklich ich finde das ein bisschen niedrig 20 ne das scheint es mir auch noch relativ frisch Rathaus 10 zu sein also ähnlich wie ich aber trotzdem würde ich dir empfehlen die Helden dringend mal hoch zu machen vielleicht bist du auch Rathaus 9,5 wer weiß werden wir gleich sehen Valküre auf 4 sehr sehr nett auch ansonsten alles von Rathaus 9 gelevelt wunderbar sieht mir gerade echt so aus als wärst du vielleicht Rathaus 9,5 könnte sein gucken wir gleich wie viel hast du gefarmt 585 Millionen Gold könnte sein gucken wir gleich 555 Millionen LX sehr nett was noch kein Schimp aber Meister mit knapp 3000 Pokalen und 249 Sterne ist auch nicht schlecht 1,8 Millionen dunkles ja da sieht man woran es liegt mit den Helden ich glaube ich bin bei 3,5 Millionen und ich booste die ganzen Bohrer im Moment so oft da sieht man so ein bisschen der Unterschied bei den Helden woher der kommt nee du machst kein Rathaus 9,5 du baust schon Infernos der eine X-Bogen ist die Inferno schon auf 2 wohlgemerkt der eine X-Bogen ist auch schon gebaut also deine Def ist quasi im Moment stärker als meine dafür ist meine offensive stärker ähm nettes dunkles Lager mein Freund das ist komplett voll was zur Hölle warum schlafen deine Helden nicht nicht zu ungut aber da würde ich doch sofort Helden schlafen legen hallo hallo der Bogieturm noch auf 1 ist immer so süß am Anfang wenn dann so ein 1er Bogieturm zu den ganzen 11er Bogieturmen dazu kommt das sieht so bescheiden aus der dunkle Bohrer geht auf 3 oder ja er geht auf 3 ich hab's richtig erkannt sehr schön ähm ich muss mir langsam auch mal ein bisschen Skills bei Rathaus in 10er Dörfern suchen also Skills von wegen Bewertungsfunktion also die Magiertürme stehen schön immer an den Lagern die Mörser stehen okay Rathaus 10 relativ egal decken aber eigentlich immer 4 Lager von daher finde ich's gut und decken alle das dunkle Lager mit ab die X-Büngen stehen okay wobei ich finde der obere müsste weiter neben die Clanburg Clanburg und dunkles Lager würde ich tauschen glaube ich wobei hä ne ich weiß nicht der Zunkellager ist so voll das reift sich jeder reift jeder an lass es lieber so Clanburg ist trotzdem nicht so schön zu locken mit Schwein vielleicht aber ähm der Luftflieger steht okay die Infernos stehen finde ich sehr gut wenn sie nicht im Ausbau sind schwierige Zeit gerade zwei Infernos im Bau dazu ein X-Bogen im Bau es ist Dorf gefällt mir eigentlich sehr gut für Rathaus Szenen muss ich sagen ich denke auch hier kommt man an ein Lager dran eventuell also an zwei an ein Verbund von Lagern aber ich denke es ist hier schon schwieriger dann an mehr als zwei Lager zu kommen vom Ausbau her vom Aufbau her gefällt es mir wie gesagt vom Ausbau her Kasernen sind okay alle Elixirsammler und Goldminen sind auch okay dunkle Bohrer die Alten sind okay ja alles ausgebaut schön du bekommst von mir gab es bei den Truppen einen Abzug ja bei den Helden gibt es einen kleinen Abzug das habe ich gesagt dafür ein Bonuspunkt für die Walküre mhm und die Mauern sind halt noch nicht nur eine 9 bekommst du aber ich denke eine 9 ist okay schön und ich hoffe euch hat die Besuchsfolge gefallen wie gesagt morgen oder übermorgen kommt eine Spezialfolge mit Vergleichen dafür bitte nicht mehr bewerben wenn ihr allerdings so bewertet werden wollt schreibt es mir in die Kommentare mit eurem Namen Clan Kürze beziehungsweise Clan Namen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder ciao ciao